Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder ein Rossmann Neuheiten Video für euch. Diesmal ist es allerdings etwas anders als die Videos, also die Neuheiten Videos, die ihr sonst so von mir gewohnt seid. Dadurch, dass ich vor einer Woche oder anderthalb Wochen auf einem Rossmann Event war, wo ganz viele neue Produkte, die es gerade im Rossmann zu kaufen gibt, vorgestellt worden sind. Und ich habe eine riesige Goodie Bag bekommen mit diesen neuen Produkten eben und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ein paar davon habe ich auch bereits getestet und ich denke, das könnte ganz interessant sein, weil es wirklich eine bunte Mischung ist. Bevor wir starten, habe ich aber natürlich noch eine Videofrage an euch und zwar würde mich diesmal interessieren, welche Farbe euer Oberteil hat, was ihr gerade tragt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit Neuheiten von Revlon und zwar ist das diese neue Haarpflegereihe hier. Ich habe die jetzt für blonde Haare, die gibt es allerdings auch für braune Haare, rote Haare, schwarze Haare und die ist sowohl online als auch in den Filialen erhältlich. Ich habe bisher nur das Shampoo getestet, kann euch allerdings sagen, dass das schon richtig genial ist. Also ich habe das nur auf dem Ansatz aufgetragen und meine ganzen Haare haben sich richtig geschmeidig angefühlt, haben geglänzt danach. Die Haarpflegereihe soll übrigens den Farbglanz sozusagen herausbringen und die Haarfarbe schützen, aber soll jetzt nicht die Haarfarbe verändern. Ich werde auch bald den Conditioner noch testen, obwohl das Shampoo eigentlich schon fast reicht. Dann habe ich außerdem von Neutrogena diese Creme Gel Maske hier bekommen, die ist ganz, ganz neu und zwar ist diese hier jetzt für strahlend schöne Haut. Die habe ich auch schon getestet, wie ihr seht und ich kann euch sagen, das Auftragegefühl oder dieses, ja doch, das Auftragen war sehr lustig. Also es ist eigentlich wie so ein Gelee, das etwas weicher ist. War angenehm, also ich habe das auch gut 20, 30 Minuten einwirken lassen. Es hat ein bisschen gebrannt, war aber gar nicht gerötet danach, aber ja, ansonsten kann ich nicht meckern. Also fand ich ganz gut. Außerdem in der Goodie Bag enthalten war dieser Reinigungsschaum hier von Isana und zwar aus der Limited Edition mit Aktivkohle, soll für fettige und unreine Haut gedacht sein und den habe ich auch schon ausprobiert. Der sieht sehr lustig aus, also ist wirklich grau so von der Farbe her, fühlt sich ganz angenehm an, wie so ein schön samtiger Schaum eben, kann man gut auftragen. Man muss ein bisschen aufpassen, der färbt wirklich gut ab, also man sollte vielleicht nicht unbedingt in Berührung mit Textilien kommen. Der hat meine Haut leicht gerötet, aber er hat auch die Pickel ausgetrocknet, was natürlich auch gut ist. Ziemlich neu von Isana ist außerdem dieser Handschaum hier, also er ist wirklich, wirklich ziemlich neu und der riecht jetzt nach Melone. Ich kann euch sagen, der riecht super, super stark nach Melone, also Melonen-Fans werden den wirklich sehr, sehr, sehr gern haben. Ich finde das Design mega, mega niedlich, also es ist wirklich sehr gelungen. Wie ich finde, gibt es auch noch in einem orangefarbenen Design Schäume, also Handschäume, Duschschäume, Reinigungsschäume mag ich eigentlich immer. Außerdem habe ich dieses Aprespray hier bekommen, das ist ein Zwei-Phasen-Aprrespray aus einer Limited Edition mit süßem Ananas-Supf. Und ich sprühe das hier mal kurz auf, riecht wirklich, ja, riecht wirklich sehr stark nach Ananas, obwohl sehr stark, also beim ersten Mal riecht es ziemlich stark. Wirkt sehr erfrischend, also ich finde, das ist ein angenehmer Geruch, soll man wie gesagt hauptsächlich jetzt nach dem Sonnenbaden benutzen. Dann außerdem neu und von Isana ist dieser Rasierschaum hier, ist unter anderem mit Aloe Vera versetzt, sieht auch ganz süß aus, habe ich allerdings auch noch nicht ausprobiert. Und wir bleiben gleich bei Isana und da gibt es, ich glaube seit April ungefähr, dieses neue Bodyspray zu kaufen. Also von Isana gibt es das neu zu kaufen. Das ist das Crazy Melon Bodyspray und dazu kann ich euch sagen, das ist auch sehr erfrischend. Es riecht auch nach Melone, allerdings sehr viel dezenter als der Handschaum, was mir ganz gut gefällt, weil das ist so eine Mischung aus sehr fruchtig, aber auch etwas süßlich. Ich kann zu Bodysprays sagen, die halten eben nicht so lange wie ein Parfüm, aber wenn man sie zwischendurch immer mal wieder aufträgt, ist das eben erfrischend und riecht auch gut. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist dieses Kaffeepeeling hier von Body Boom und zwar hatte ich ein ähnliches Kaffeepeeling, ja schon mal von Hello Body, was ich sehr gut fand. Das hier ist jetzt von Body Boom, wie gesagt, und mit Mango außerdem versetzt. Soll für spürbar glattere und straffere Haut sorgen, also ja, cool. Es ist etwas kleiner als das, das ich von Hello Body hatte und ist allerdings trotzdem für 10 Anwendungen oder bis zu 10 Anwendungen gedacht, also ich bin gespannt. Jetzt im Sommer neu ist außerdem diese Lippenpflege hier aus einer Limited Edition von Isana und zwar die Tropical Lippenpflege mit Vitamin E und Kokosöl. Die habe ich jetzt noch nicht getestet, weil ich sehr viel Lippenpflege da habe und die eventuell irgendwann verlosen möchte. Nicht mehr ganz so neu ist diese Tagespflege hier von L'Oreal und zwar die Hydra Genius Tagespflege. Soll für normale bis trockene Haut gedacht sein, also die Variante, die ich jetzt habe. Und ich habe schon so viel Gutes darüber gehört und kann sagen, dass sie als Primer vor der Foundation wirklich super funktioniert. Sie lässt sich gut einarbeiten, zieht super schnell ein und deshalb kann man direkt danach das Make-up auch auftragen. Deswegen was jetzt irgendwelche anderen Effekte angeht, kann ich euch nicht wirklich was sagen. Also ob jetzt meine Haut reiner geworden ist oder wirklich sehr stark mit Feuchtigkeit versorgt wurde. Sie führte sich danach irgendwie nicht so an, als ob sie mit Feuchtigkeit versorgt wurde, was ich allerdings auch nicht ganz schlimm finde. Also es ist ja eigentlich schön, wenn es leicht ist und die Feuchtigkeit trotzdem gegeben ist, aber man es halt nicht überall im Gesicht sieht so. Ein weiteres Produkt, das auch nicht mehr ganz so neu ist, aber eben trotzdem in der Goodie Bag drin war und ich euch deshalb gerne zeigen möchte, ist dieses Wimpernserum hier und zwar von 4Long Lashes. Das kann ich euch natürlich nicht wirklich sagen, wie das funktioniert. Das hätte ich viel, viel länger testen müssen, aber es klingt spannend, wie jedes Wimpernserum. Ein weiteres Produkt, was auch nicht ganz so neu ist, aber etwas neuer schon noch, ist dieser Make-up Radierer hier. Das ist ja so ein Waschlappen, der nur mit Wasser funktioniert und das Make-up abbekommt. Also ich hatte von anderen Marken schon mal sowas und da hat es wirklich super funktioniert, habe aber auch schon von ganz vielen Leuten gehört, dass sie das ganz, ganz toll finden. Dann neu von L'Oreal sind ja außerdem drei Zuckerpeelings, glaube ich. Unter anderem dieses hier, was ich auch mir mitgenommen habe vom Rossmann Event und zwar ist das ein Zuckerpeeling, das mit drei feinen Zuckern und Kakaobutter versetzt ist. Also klingt super lecker oder riecht bestimmt super lecker. Und auch dieses Zuckerpeeling hier haben mir schon ganz, ganz viele von euch empfohlen. Also auch darauf bin ich sehr gespannt. Von Altera wurde mir außerdem dieser Eyebrow Styler hier mitgegeben und zwar ist Altera ja eine Naturkosmetikmarke, wie ihr vielleicht wisst. Und der soll jetzt hier einfach die Augenbrauen fixieren. Gibt auch, glaube ich, leicht Farbe ab und ist jetzt für blonde Augenbrauen gedacht, denke ich. Also so sieht die Farbe zumindest aus. Ich kann mir vorstellen, dass es den auch noch für dunkle Augenbrauen gibt. Außerdem kann ich euch sagen, dass bei diesem Event eine Rivale Loop Theke aufgebaut war, eine Rivale Loop Young Theke und eine Revlon Theke und man sich einfach das nehmen durfte, was man gerne wollte. Also so cool. Ich zeige euch jetzt hier mal die Produkte, die ich mir so mitgenommen habe, die von Rivale Loop jetzt sind. Und zwar habe ich die alle noch nicht getestet, glaube ich. Das sind zum einen diese beiden Mascaras hier. Einmal eine Mascara, die für Schwung und Volumen sorgen soll und eine, die für Volumen, Länge und Schwung sorgen soll. Also eine Multi-Effekt-Mascara. Dann habe ich mir diesen Lip Color hier mitgenommen in der Farbe 03. Ist sehr, sehr matt. Also ist ein matter Lip Color oder matter Lip Gloss, wie man auch immer sagt. Und eine ähnliche Farbe, die ich mir nochmal im Lippenstiftformat mitgenommen habe, ist die Farbe 05, die ebenfalls matt ist. Dann gibt es neu im Rivale Loop Sortiment diese beiden Nagellacke hier. Das sind Ultra Gel Nagellacke. Und ich habe die jetzt in den Farben 03 und 19 mitgenommen, weil ich die von der Farbgebung her gar nicht unbedingt zu Hause habe. Also vor allem so einen Braunton oder Grauton jetzt nicht. Oder diese Mischung daraus. Dann ist neu im Rivale Loop Sortiment außerdem dieser Chrome Metal Nagellack oder mehrere Chrome Metal Nagellacke. Die waren jetzt hier in der Goodie Bag drin. Oder dieser hier zumindest. Und das ist die Farbe 03. Damit kommen wir jetzt zu Rivale Loop Young. Von denen gibt es nämlich einmal eine neue Farbe vom besten Produkt des Jahres. Habe ich gehört. Und zwar vom Stay Forever Lip Gloss. Das ist jetzt die Farbe 05. Außerdem gibt es neu im Rivale Loop Young Sortiment diese Pigmente hier. Das ist jetzt so ein Rosé Gold. Also sehr, sehr schön. Und außerdem habe ich mir mitgenommen diesen Liquid Lipstick hier. Der ist so metallisch. Also ist auch eine richtig krasse Farbe. Ich habe den hier gerade schon mal geswatcht. Ist auch super deckend. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man so ein dezentes Augenmakeup hat. Und dazu dann so einen Lippenstift. Oder wenn man einfach sich wirklich auffällig schminken möchte. Und von Altera wurde mir übrigens auch noch ein neuer Lippenstift hier dazu gelegt. Und zwar ist das der Soft Matte Lipstick in der Farbe 03. Dann kann ich euch sagen, gibt es jetzt Asam Beauty bei Rossmann zu kaufen. Um genau zu sein, diese neue Reihe hier. Das ist die Rosenreihe für perfekte Haut. Also ich habe jetzt hier ein Serum bekommen. Das ist natürlich unter anderem mit Rose versetzt. Und soll die Haut straffen, für ein reineres Hautbild sorgen. Fältchen aufpolstern. Ja, da das einige von euch immer interessiert, zeige ich euch jetzt hier auch nochmal Essen. Was auch da drin war in der Goodie Bag. Und zwar ist das einmal dieser Shake hier. Ein Balance Shake. Kann man als Mahlzeitenersatz einnehmen. Und schmeckt wohl nach Schokolade, also so Kakao. Und dann war da dieser vegane Proteinriegel drin. Mit Kakao und Hanfsamen. Sieht echt interessant aus. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie der so schmeckt. Nun möchte ich euch noch diese Neuheit hier zeigen. Und zwar ist das ein neuer EOS. Es gibt zwei neue EOS-Lippenpflegen jetzt zu kaufen. Einmal mit Hibiskus, glaube ich. Oder Pfirsich. Ich weiß gar nicht mehr. Und dieser hier mit Vanille. Ist 100% wachsfrei, vegan, glutenfrei und ohne Mineralöle hergestellt worden. Ich mache den jetzt mal kurz auf. Ich kann euch sagen, bis jetzt mochte ich EOS sehr, sehr gerne. Ich habe gehört, dass es bei manchen nicht funktioniert hat. Oh. Allerdings könnt ihr das ja jetzt nochmal ausprobieren. Dadurch, dass der ja jetzt so natürlich ist. Ich habe den schon beim Event mal getestet. Boah, ich kriege den gar nicht auf. Ich finde, der sieht so cool aus. So glasklar. Und ich finde, der riecht nochmal viel besser als alle anderen EOS-Lippenpflegen, die ich bis jetzt hatte. Richtig, richtig gut. Und dadurch, dass ich euch ja gerade erzählt habe, dass ich auch von Revlon an der Theke einiges mitnehmen konnte, zeige ich euch hier einfach mal kurze Produkte, die ich mir mitgenommen habe. Die sind jetzt alle nicht so neu. Also Revlon gibt es ja jetzt schon etwas länger bei Rossmann. Ich zeige euch die jetzt einfach nochmal im Schnelldurchlauf. Ich denke, es könnte noch einige von euch interessieren. Das ist einmal dieses Foundation hier. Die Colorstay Foundation, von der ich schon sehr viel Gutes gehört habe. Außerdem passend dazu habe ich mir dieses Puder mitgenommen. In der Farbe 830. Ich hatte bis jetzt immer nur durchsichtige Puder. Oder, ja, diesmal so eins. Und aus der Colorstay-Reihe habe ich mir außerdem den passenden Concealer mitgenommen, der mir allerdings etwas zu dunkel ist. Die könnte mir auch etwas zu dunkel sein, aber das geht noch eher, glaube ich, als der Concealer. Ich habe diesen Lippenstift hier noch mitgenommen. Und zwar auch einen metallischen Lippenstift, der außerdem matt ist. Auch eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Dann eine Mascara, die für Länge sorgen soll und Volumen. Einen weiteren Lippenstift, den habe ich mir etwas nudefarbener vorgestellt, obwohl er wirklich ziemlich braun ist auf den Lippen, aber sehr pflegend. Zwei Lip Liner, einmal in der Farbe Blush, glaube ich, und einmal in der Farbe Plum. Und dann noch ein Nagellack, ebenfalls aus der Colorstay-Reihe. Und das ist jetzt ein Color- und Base-Nagellack, genau. Die Farbe ist 0,30. So, meine Lieben, und das war es dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, dann lasst mir wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss. Tschüss.